Einen wunderbaren guten Tag, meine werten Freunde. Willkommen zum mittlerweile dritten oder gar schon vierten Part von Super Mario Bros. Vanilla. Es ist wie immer ein wunderschönes Spiel. Ich freue mich immer wieder, wenn ich spielen kann. Und ja, hier habt ihr jetzt auch den Screen. Im T-Türum der Sandtechter ist das nächste, was ich will sagen. Let's go! Drückseil um das abzeichnen, äh, Delfin-Kerakten legen, gleitze zu legen und durchs Wasser. Ich brauche das safe nicht. Auf geht's. Alex. Oh, die kann das Ding einfach fressen. Und auch wie cool, dass die seine Mütze einfach mitnimmt. Ja, jetzt verstehe ich es halt so, dass man das mitnimmt. Ah ja. Kann ich die auch drücken? Ja, kann ich doch schon. Ah, da bist du ja rein. Ah, da bist du ja rein. Schick. Warte mal, ich lieber jetzt mal einen Checkpoint. Okay, da ist nix. Oh, da ist ein Stachen. Cheap, Cheap, Swim, Austin, D.P. Nice. Was gibst du mir? Interessante Musik für die P-Switches. Leider interessiert sie mich nicht. Ich brauche nicht nur noch die Wunderblumen. Aber im Großen und Ganzen ist dann sonst alles, aber wir brauchen auch die Wunderblumen. Die Frage ist mir, wo ist sie? Nein, Schmuch. Warte, du wirst nicht durch. Nein, wir müssen uns nicht durch. Zweiter Jackman, okay. Oh, hier ist sie. Oh nein, wir müssen uns nicht durch. Was bist du denn? Haben wir jetzt zwei Exits? Wahrscheinlich können wir uns schütteln. Oh, das kommt mir einfach nur raus. Oh, das kann man nicht nur noch auf. Wir sind Bissen in Gefahr. Aber ich habe es aber gedacht. Wollt du dich betrachten? Kann ich mal das? Milch. Ich bin ein. Ich bin ein. Sie sind gut, Freunde. Ich bin ein. Ich bin ein. Sie können nicht ein. Es ist ein. Es ist ein. Es ist eine. Ich bin ein. Ich bin ein. Es ist ein. Oh mein Gott, wie man das so erfolgt. So, jetzt hier weiter, wir kommen hier wieder zum Checkpoint. Ja, gut, okay. Das ist doch keine Zeugnis, das ist. Ah ne, das zeigt es ja dann immer an, mit dem Wundersamen, stimmt's. Wunderbar, nice. Ich hab doch nicht verkackt. Sehr, sehr schön. Wunderbar, Wunderbar. Ja, hab ich. Pardon, ich hab überall alles. Ich hab den Secret Dexit. Was bist du? Oh, du die sogar einfach hier siehst. Wurscht noch zu treffen, ich bin Professor Antenne. Ich möchte mich gar nicht sagen, wenn du jetzt über das Online-Spielen lernen möchtest. Kommen wir zum Thema. Geh in eine spannende Lektion, teile deine Abente mit Spielen aus der ganzen Welt. Spielst du online, kannst du den Spaß mit Leuten aus der ganzen Welt teilen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie sich Spiele in einer schwierigen Situation gegenseitig helfen können. Boah, schau doch mal an, Luiz, das sieht ganz kürzel aus. Klingt nach einem tollen Grund, online zu gehen, oder? Setz das gelernt in die Tat um. Nein, danke. Ich kann eigentlich den Charakter irgendwie wechseln. Oh ja, tatsächlich, ich will mal mit dem Luci-Bissens spielen. Yes. Let's go. Meereshöhle des Tibitzkes. Also wir sollen anscheinend wieder das Delfinen-Kick-Up-Zeichen nehmen. Okay, dann schlafen, machen wir doch das. Das ist ja schon so. Aber es hat nur den Fabiraben. Keine Fantanis rein. Und das ist auch so, dass wir das sterben. Warte, wo geht's? Ah, wo geht's? Das ist eigentlich Meerwasser. Salzig, das ist genau das. Und deswegen, wo hin? Wahrscheinlich für zwei Knüse, ne? Oder auch nicht. Achso, bro. Mann, Luci-Bissens ist so glücklich. Ja, das ist halt die Messe. Dann haben wir die erste schon verpasst. Dann haben wir gesehen, was ist am Anfang. Aber wie kommt man da hin? Das war ein guter, das war ein, das war ein Versuch wert. Aber das ist ja, da ist die. Aber wir fahren nicht rein. Das war ein guter? Ja, das war's. Oh, das war's. Das war's. Dann bin ich riesig. Dann bin ich, wasn't. Was ist das Automate Playfarm-Habbing? Oh Ich habe eine ganze Zeit, dass du da nicht besiehst, und ja, dass das ist zu aufhören. Oh nee, das hört sich an mir nix. Diese Lache. Was macht er zu mir noch für mich? Du musst auf sie springen? Warte, du mach mal. Nee, warte nicht so. Komm alle hier. Komm alle hier. Ah, das ist cool. So, kommt. Okay, warte, ich bin noch mal extra rum. Den Klemmschwung, warte. Ich hab's ja das Gefühl, ich muss den brauchen. Die Garnen muss sein. Ja, du kannst ihn nicht mehr verletzt. Ja, du willst den Karten. Gott macht mir, naja. Da sind zu normaler Sachen raus. Hier geht's ja auch nicht weiter. Hier geht's noch mal noch da weiter, komm. So geht's ja auch nicht noch weiter. Die schmieds ja nicht mehr, das ist ja auch. Scheiße, habe ich dir schon gesagt. Das ist ja auch nicht mehr. Das ist ja auch nicht mehr. Dann werden wir noch nicht mehr sehen. Das ist ja auch nicht. Oh Gott, sag mir nicht, dass den hinten sitzt doch dahin. I mean! Okay, da ist etwas. Warte, weil ich mich nicht daran kenne. Alright, nee, da geht es in den Abstand, glaube ich. So, ich habe den gegenseitigen Mod gemacht, das ist jetzt sehr schön. Oh Gott, ich habe den Abstand. 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 Oh Gott, wie fair. Nein, nein. Ja, das ist toll, aber ich habe den Abstand. Oh Gott, ich habe den Abstand. Aber ich bin nicht interessiert in den Abstand. Oh Gott, ich habe den Abstand. Oh Gott, ich habe den Abstand. Okay, das ist ein Abstand. Oh Gott. Du bist ja klatschnass. Ach nee. Ich meine, wir haben das gleiche Bandit, aber die Frage ist, wie kommen wir an das andere? Die Frage ist immer noch, wie kommen wir da ran? Du hast dich ja richtig Angst bekommen, von Fügen halt dich mit Meistern. Das könnte ich wirklich an der Pause brauchen. Wie was wir da am Einkaufsdruck machen? Ich habe gehört, dass der Laden hier ein hilfreiches Ausrufezeichen und Abzeichen gekauft. Denken wir daran, wenn du das Abzeichen verwendest drücken, einfach er und ich helfe dir. Ja, okay, aber ich will... Jetzt kann ich eigentlich dieses Abzeichen holen, aber wie? Oh, die sind auch so zäh. Oh, die sind auch so zäh. Oh, die sind auch so zäh. Oh mein Gott, wie fies. Jetzt aber das ganze Level nochmal spielen. Das geht schnell. So, easy. So, dann springen wir das Level nochmal kurz normal, gehen wir das an, das sollte, das was er nicht will, rein da, boom, there we go, boom, 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 boom wenn auch fürs Zuschauen ja wie gesagt checken die Livestreams ab denn wie gesagt das wird auch wieder im Livestream gemacht denn wenn ihr weiteres sehen wollt drückt mir aber lasst auch gerne auf der Glocke ja drückt doch die Glocke schreibt einen Kommentar wenn ihr wissen wollt keine Ahnung wie ich aufnehme keine Ahnung schreibt den Kommentar und ja lasst einen Like da bis dahin und ciao ciao naja Abonniert